Moins und mein Willkommen zurück zu einer neuen Folge Half-Life 2 Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und danke für deinen Support und danke, dass du mit mir dieses Abenteuer weiterhin erleben möchtest So, wir haben Doc jetzt auf unserer Seite Die Rebellion hat schon angefangen, ohne uns, wir waren eine Woche weg, was für uns gerade nur eine Sekunde war Und jetzt schauen wir mal, ob wir Barney helfen können So, ich denke, wir müssen hier runter Kannst du hier aufpassen? Da haben wir noch mal für abgelaufene Milch Was schwingt denn da? Oh, Moobie Oh Jetzt geht der natürlich ab, ne? Oh, um die ab, der geht Oh Eins, da war noch einer Was war Doc Hätte man wie vorwachen können, oder? Hier brauche ich nicht, aber hier haben wir noch eine Munition was wird denn jetzt jetzt hab ich platt gefahren also die Folge ist schon nicht gut gestartet komm ist noch das Ding hier weg aber da wird er knapp wo ist das Ding hier eingestürzt ich geh mal ein bisschen aaaah du warst das schon also das müssen wir vorwarten können ja da freust du dich ne doch kriegst du die auf Dankeschön 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 das ist wie Obelix wenn der Klappen kann ist er gut durch ähm da die Runde bewegen sich wieder geht der Aufzucht noch oder bin ich jetzt falsch abgebogen oder müssen wir da bleiben nee ich komm hier nicht mehr zurück das sieht nach mir schönen Weg aus ach wir sind wieder hier was sind denn für Dinger jo was war denn das ich kann dich ja noch gar nicht da stürzen sie denn dann denk mal oh ne denk mal wollen sie lassen die machen nur den Fernseher im Arsch ja wir kommen mit mit Ihnen Dr. Freeman ah ich hab endlich eine Möglichkeit ich hab jetzt Leute ah mein Gott ist so lange her wo müssen wir ein langes Kinder hier wird alles zugemauert geht's überhaupt noch irgendwo lang wo sollen wir hin Dr. Freeman ach so mit C aber wo müssen wir denn jetzt wie kann ich sie wieder mit mir mitnehmen die Tür ist auch zu die haben sie alles zugemauert ok die Wand ist aber auch vorher nicht hier ah jetzt wir nehmen mal die Flinte da haben wir ein paar bisschen mehr Munition bei also falsche Ecke Pass auf die Hüpfer auf sie sind überall Minen was sind Minen warte mal zur Seite oh die halten mal aus ja ich bin dabei ja Problem ist ich glaube ja Problem ist wir müssen erstmal runter bevor man sie neu legen kann bis dann wer ist hinten was Ich dock mir erst warte warte ich noch irgendwo Ah, da geht's gleich mal weiter. Ach, da war noch was, glaub ich, oder? Ja, hier. Und hier? Ne, nix mehr. Gut, wir können weiter. Wenn du geschnüffelt. Aber hier können wir also auch so. Ja, Kinder, das ist immer so, ne? Gelootet muss hier. Sani! Sani! Und jetzt? Oh, oh, oh. Ich hab keine, ich hab keine Panzer, äh, Panzerfaustage. Gut, bei den Combine kommen die ja nicht hoch, ne? Was ist denn? Oh, mein. Ist, 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 ist. Merk. Nix, bevor du da festgehst. Kannst knicken. Haben wir noch alle? Wir haben noch alle Einheiten. Ja, ich bin dabei. Fang! Hab ich nicht erwischt? Das gibt's doch nicht. Hallo? Ey, sag ich nicht, ihr könnt da nicht drüber springen. So, jetzt. Hier sind mehr Kinder. Ah, warte mal. Wie, Achtung, Freeman. Was seid ihr für welche? Was sind denn ganz andere diesmal? Danke. Oh, wir haben schon... Wir haben schon eine Person verloren. Wie, schliss mich, ja. Oder vor dir. Wie, schliss mich. Verbraucht. Kuckuck. Komma hoch. Können wir auch auf jeden Fall. Und ich komm in die Sackgasse. Haste mich hier liegen, ey? Nein! Keine Sache... Hat jemand seine Tage? Oh, liegt schon länger hier der Kollege. Was war der denn? Schießen! Guckt nicht so blö... Er schwang sich in die Lüfte auf, während seine flugunfähigen Verwandten sind geblieben und ängstlich. Hätte man Let's Play von mir geguckt, dann wären die so langweilig geworden. So! Toll, ist los, der Ding. Kinder, wo müssen wir eigentlich lange? Ey! Komm besser weg damit. Super. Kommen wir da hoch irgendwie? Ja, kommen wir. Dr. Freeman, wir brauchen noch jemand, um die Barrikade zu stürmen. Aber dass Sie das sind, geh du voran! Ah, hier sind wir. Wir sind verarztet. Hoppla! Scheiße auf die Gedenksmunition. Die Nase juckt. Weiter geht's. Mal platz, mal platz, mal platz. Geht doch. Geht doch. Es gibt doch was. Oh, da lief doch was. Welcher Bude sind die denn? Ist das hier nebenan? Ne. Lass mich doch mal vorbei. Wer hat auf mich geschossen? Du hast auf mich geschossen. Oh, hier haben wir eine Falterbank hier. Shhh. Jetzt weiß ich, jetzt brauche ich euch echt nicht mehr. Freund oder Feind? Warte mal. Das ist ein scheiß Geschütze. Die sind nur umprogrammiert. War wohl nicht der Fall. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Da war noch einer. Da war noch einer. Hab ich noch nicht? Boah, bin ich gut. Da kann ich mal nicht vorbeigehen, die Jungs. So. Warte jetzt. Da, 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 da. Holla. Ja. Ja. Pah. Dann kommen wir hoch. Richtig zieh, Jungen. Dann triffst du auch. Also, das soll das noch dazu? Wie die immer noch warten, ne? Ja. Hallo, hinter dir. Hinter dir. Ich glaube davon nicht. Ist ja nicht wahr. Da steht ja hinter dem, weißt du. Und der merkt ihn nicht mal. Kann er nicht sein, Kinders. Oh Mann. Ja, so kannst du auch von mir stehen bleiben. Na, besser nicht. Zumindest nicht gerade. Da ist noch ein noch von Kampen Schlag. Ich bin der hier. Boah, lezitern wir niemand. Masaka! Komm her! Hallo, hallo, hallo! Das sind Schweine. Aber gute, muss man ja lassen. Wenn da eine Ladestation ist, gehen wir es mal zurück. Ich guck mal, ob ich die Treppe da hochkomme. Ja, wir kommen die Treppe hoch. Und wie sie sehen, sehen sie Munition. Oder Medikit oder sonst irgendwas dergleichen. So, jetzt können wir weiter. Jetzt bin ich glücklich. Hallo? Dr. Freeman? Ja? Die Combine haben uns den Nachschub abgestellt. Wenn sie mitmachen, versuchen wir ihren Außenposten zu nehmen. Okay, versuchen wir doch mal. Ich schließe mal den Combine dahinten, der Typ. Ich schließe mal den Combine dahinten, der Typ. Wieso habt ihr die ganze Arbeit und ich krieg hier nichts ab? Wieso habt ihr die ganze Arbeit und ich krieg hier nichts ab? Kramp, 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 kramp. Kramp, kramp, kramp. Oder auch nicht. Warte, meine Tank war offen. Kann man hier... Ah, hier nichts. Ist ja jetzt hier. Ah, vielleicht komm ich von hier aus... Mal mal? Äh... Ne, geht doch nicht. Geht nicht so, wie ich gedacht hab. Ähm... Liegt hier auf? Ne. Ich muss eben wieder oben drauf kommen, oder? Nicht? So? Und so? Dann hier? Achso. Sorry. Hätte man vielleicht auch von der anderen Seite machen können. Gleich. Oh Gott. Ich hab doch recht, oder? Einen Moment! Ich lege alle zur Ladung und du zieht das davon aus... Alles klar. Oh, vielleicht dauert es nicht so lange, ansonsten werde ich mich hier... Ja, es dauert. Na komm. Äh, jetzt kommt's in die Tür! Oh, ich schieße keiner auf die Fässer. Die Lektionen sind da drin, ne? Hey, einer noch! Komm, ich kann's... Ah doch, komm, ich runter. Zurück! Es geht jetzt hoch! Uhuhu! Hallo? Da! Da geht's nicht weiter. Die Tür ist von drüben versperrt, Dr. Freeman. Ich hab' den Weg gefunden. Da drin sieht's schlimm aus. Gut, dass Sie den Anzug haben. Ah, Strahlung hoch, C. Nein, nein, nein! Ich bin einfach zu weit. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht, oder nicht. Ich glaub' ich bin sicher, ob der da war. Ich bin einfach zu verraten. Bist du das richtig? Oh ja. Ich glaube schon. Wer das hier richtig ist? Hallo? Nee, die sind hier nicht auf. Oder doch? Oder nein? Ja, die Tür ist auf. Du bist also heil durchgekommen. Was zu erwarten. Ja, was denkst du von mir? Ich hoffe nur das Beste. Oh, sorry. Man, reiner Reflex. Oh, zwei hat sie erwischt. Hallo? Oh, mach die zieh nicht auf. Oh. 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 Oh ne, hier. Na komm. Wir haben hier keine Chance gegen. Wie komme ich da runter? Da. Hier kommt mir bekannt vor. Da hatten wir uns nicht mal beim ersten Mal am Anfang gesehen. Da war sie auch schon mal ein Verzweifel. Wo schießt ihr? Oh nein. Oh nein. Komm rein. Komm rein. Ich will jetzt mal die Tür auf. Die Parole. Die Parole. Die Parole. Das ist Drei. Ohne mich geht's nirgends hin. Ich mach doch nicht. Achso ist die Tür auf. War da die Tür? Ich glaub schon. Nix wie weg hier! Oh nein. Geil, die Knicken. Hedda! Klappe! Das ist nicht wirklich eine Chance, dass wir ein Freund. Schöne Combine. Wo denn? Uh! Ah! Gott sei Dank. Alter! Das ist nicht mehr normal. Die machen jetzt oben die anderen Viecher für dich. Ah! Oh! Ich sehe nie, wo ihr schießt. Was? Schönei Gott! Ich bin dabei. Nein! Ah Mist! Jetzt muss ich wieder da... Mach doch Platz! Ich bin dabei! 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 Wenn du nichts mehr verpassen möchtest! Und weiterhin solche Folgen sehen möchtest! Aktiviere die Glocke! Lass dein Abo da! Schreib mir in die Kommentare! Ich hoffe, dass die Qualität auch mittlerweile jetzt besser ist! Ich meine, ich habe den Fehler gefunden! Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Fehler behoben habe! Schreibt mir gerne in die Kommentare! Ansonsten gucke ich mal, ob ich auch so mal ein Video mal zwischendurch mal reinziehe! Wie ich welche Einstellungen mache! Wie ich manche Sachen geändert habe! Damit die Qualität besser wird! Und, 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 und! Ansonsten bleibe ich mit einem Dank fürs Einschalten! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschau!